Manche haben jahrelang darauf gewartet und endlich kehrt es zurück. Crypto Mewtwo holt euch das unbedingt, die komplette Liste mit den Rocket Spezialforschungen. Wie macht man das jetzt mit seinem Super Rocket Radar und so weiter und so fort. Außerdem die gierigen Gesellen, so nennt sich ein neues Event, hat nichts mit Niantix Monetarisierungen oder so zu tun. Und weitere Crypto Pokémon, Eier, neue Shinies und so weiter und so fort. Starten wir mal. Die gierigen Gesellen beginnen am 9. November bis zum 17. November. Schlinking ist da auch schon einen Tag davor verfügbar und diese Ultra Bestie ist eben sehr gierig. Es gibt einen neuen Bonus, den wir so noch nicht hatten und ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Und zwar halbierte Brüttistanz für drei Eier, die man per iOS und Android Widget ausbrütet oder dort sieht. Dann wird es eine befristete Forschung mit ein paar Bären, Goldene und Silberne geben und Relaxo als Belohnung. Wieso Relaxo? Das gibt es schon in Shiny und neu ist nun auch das Baby Mampfaxo. Ebenfalls gierig und mampft den ganzen Tag. Relaxo taucht außerdem selten in der Wildnis auf. Gemeinsam mit Schlurp und Schluck weg. Die drei sind selten, alle anderen sind auch gelistet. Bidiza kann ein Ditto sein. Mal schauen, ob das auch im Event irgendwie ein Ditto wird. Und ansonsten habe ich da gar nichts gefunden zum Einblenden. Bonus-Sternenstaub, Mega-Entwicklung oder irgendwas. Das sind relativ gemütliche Spawns. Vieles kann auch nicht mal Shiny sein. Radikal nicht, Golbat nicht, Pelipper nicht, Schlupug nicht, Bidifas nicht, Raffel nicht, Schluckwech nicht. Dann wird es Feldforschungen für Owei, Kikugi und Flauschling geben. Also relativ wenige unterschiedliche. Da bin ich schon mal gespannt. Und es geht um sieben Kilometer Eier. Das sind die aus den Geschenken. Da wird Mampfaxo das neue Shiny auftauchen. Kaumalad hat man bestimmt, schon wenn man den Community Day mitgemacht hat. Und Kikugi ist durchaus auch relativ selten, würde ich mal sagen. Halbierte Brötdistanz für die ersten drei Eier im Widget. Das gibt es für Kumpel und für Eier. Und hier die Erklärung, wie man die hinzufügt, ist für iOS und Android verfügbar. Bei Apple-Geräten tippt man länger auf den Startbildschirm drauf. Und dann hat man ein Plus links oben. Dann scrollt man zu Pokémon Go runter und kann dort die beiden Widgets hinzufügen. Bei Android funktioniert es ähnlich. Da tippt man auch länger beim Homebildschirm. Dann wählt man Widgets aus und sucht das Pokémon Go Widget. Ich muss sagen, vor allem auch für meine i-Videos, das hat mir im Grunde nie weiter geholfen, weil sich zumindest bei mir persönlich die Kilometeranzeige erst wieder aktualisiert hat, sobald ich Pokémon Go geöffnet habe. Und für mich wäre es eben interessant zu wissen, ich lege das Spiel runter, bin im Startbildschirm bei diesem Widget, sehe mir an, ah ok, jetzt sind die Eier offen, perfekt, ich kann nach Hause, ich kann das Spiel öffnen und mein i-Video drehen. Eventuell lag das an mir, vielleicht hat das irgendjemand sonst zum Laufen bekommen. Abenteuer Sink sollte auf jeden Fall aktiv sein. Das hilft wohl weiter. Und wenn man dieses Widget anhat, sollen wohl bei den ersten drei Eiern in dem Widget die Kilometer halbiert sein. Mal schauen, wie und ob dieser Bonus korrekt funktioniert. Die Raid-Bosse wurden angekündigt, auch die Einser und Dreier. Die Fünfer und Mega-Raids, die wussten wir ja schon, da bleibt Schlinking. Und Mega-Garados haben wir ebenfalls. Das Relaxo im Dreier-Raid, ja ok. An einen Schluckweg kann ich mich noch nicht erinnern, das fehlt mir bestimmt für die Medaille an einzigartigen Raids. Und in den Einser-Raids haut mich nichts aus den Socken. Ich habe das Gefühl, das sage ich häufig, wenn ich die Raids vorstelle. Für Schlinking haben Couple of Gaming noch eine aktuelle Grafik veröffentlicht. Die könnt ihr euch gerne ansehen. Und die ganzen Attacken, die ich im gestrigen Video schon vorgestellt habe, die im Code gefunden wurden, die sind auch tatsächlich so gekommen. Und die Konter, da habe ich ordentlich Sternenstaub ausgegeben. Mal schauen, ob ich diese Ultra-Bestie im Alleingang bezwingen kann. Doch jetzt wird es so richtig interessant. Endlich wieder ein Team-Go-Rocket-Event. Ich liebe diese Events, muss ich echt sagen. Das startet dann mittendrin bei den gierigen Gesellen und zwar am 14. November und läuft nur bis zum 17. November. Es werden mehr Rüpel auftauchen, also häufiger die Ballons und auch bei den Pokestops mehr Rüpel. Und endlich kann man die nervige Attacke, die unnütz ist, Frustration mit einer ganz normalen Lade-TM wegbekommen. Das ist wichtig und richtig. Außerdem wird es Feldforschungen geben, wo man mysteriöse Komponenten bekommen kann. Sechs Stück davon bauen einen Rocket-Radar zusammen und mit diesen Rocket-Radaren kann man die Bosse Alu, Sierra und Cliff aufspüren. Und wenn man die besiegt, während man einen Ei-Platz frei hat, entweder in der Bonus-Aufbewahrung, die unteren drei Slots oder in der normalen Aufbewahrung, dann bekommt man ein 12-Kilometer-Ei. Um die geht es auch noch in dem Event. Aber Giovanni gibt eine neue Spezialforschung. Die kann man sich dann bis zum 1. Dezember abholen und abschließend dann irgendwann. Und Giovanni hat Krypto-Mewtwo wieder mit im Gepäck. Das so gut wie stärkste Pokémon im kompletten Spiel. In manchen Fällen ist Krypto-Mewtwo der beste Angreifer, obwohl Psycho nur neutral ist. So verrückt stark ist Krypto-Mewtwo. Und es wird auch im Allgemeinen neue Krypto-Pokémon geben. Wo genau die verteilt sind, ob irgendwas davon auch bei den Bossen erscheinen wird, das werden wir dann erfahren. Alola Dicta, Onyx, Natu, Weilmehr und Golbit neu in Krypto. Das einzig wirklich relevante Pokémon dürfte vermutlich Onyx für die Go-Kampf-Liga sein wegen Stalos. Ich blende hier mal die vollständige Liste von allen Spezialforschungen mit Giovanni-Team-Go-Rocket ein. Und die Sache ist, leider könnt ihr die dazwischen nicht mehr bekommen, falls ihr die nicht abgeschlossen habt. Denn genauso wie man jetzt nur bis zum 1. Dezember diese neue dann bekommen kann, wenn ihr das verpasst, dann bekommt ihr zwar irgendwann die nach dem Dezember, falls es da wieder eine weitere geben wird, aber die davor ist weg, diese Chance habt ihr dann verpasst. Die letzte und aktuellste müsste Feldnotizen-Team-Go-Rocket sein. Bedeutet also, bis zum 1. Dezember solltet ihr Feldnotizen-Team-Go-Rocket abschließen, dass ihr dann noch die neue bekommen könnt. Und falls ihr Feldnotizen-Team-Go-Rocket gar nicht habt, dann seid ihr vielleicht gerade bei irgendeiner anderen von davor und habt ein paar dazwischen verpasst. So, das mal diese Erklärung. Bis zum 1. Dezember die aktuellste erledigen. Und mit den Rocket-Radaren. Das ist auch immer so ein heißes Thema. Das funktioniert folgendermaßen. Egal bei welcher Spezialforschung ihr seid, Giovanni hat für alle weltweit immer dieses eine Pokémon. Und zwar, sobald das Event beginnt, ist es dann Krypto-Mewtwo. Egal von wann euer Super-Rocket-Radar ist, ihr werdet am Ende dieses Krypto-Mewtwo bekommen und fangen können. Manche haben sich ein paar Radare von davor aufgehoben, weil es irgendwelche befristete Forschungen gab und so weiter. Und jetzt könnte man dann zuschlagen und vielleicht sogar zwei. Oder drei Giovanni besiegen und zwei oder drei Krypto-Mewtwo fangen. Die Krypto-Pokémon teilen 20% mehr Schaden aus, nehmen zwar auch 20% mehr Schaden, aber das ist dem Raid egal. Wir wollen schnell viel Schaden austeilen und deshalb ideale Gelegenheit. So ein Krypto-Mewtwo darf in keinem Repertoire fehlen. Und es gibt auch in diesem Event ein neues Shiny, nämlich Gladiantri in den 12er-Eiern. Hier der aktuelle Pool, der dann auch im Event am Start sein wird. Da muss man also viele Rüpel, Kloppen, Eiplatz frei haben, ein 12-Kilometer-Ei bekommen und dann hoffen, dass das Ding Shiny ist. Ich habe nichts von einer erhöhten Chance gelesen, weder bei Mamfaxo noch bei Gladiantri. Rechnet euch da minimalste Chancen aus. Aber weil das Rocket-Event auch noch im gierige Gesellen-Event ist, also im selben Zeitraum, wird es diesen Bonus mit den Widgets geben, sprich halbierte Eidistanz für die ersten drei Eier per Widget. Also sammelt noch ein paar Lade-TMs, dass ihr Frustration wegbekommen könnt. Und checkt die Liste der Spezialforschungen, was ihr da erledigt habt, wo ihr da gerade seid. Für die Folge würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.